Ist der bei Ihnen geboren, also, oder? Ja, der hat Wind. Der Wind hat den hier im Jahr. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die anderen weinen, aber die wollen ja extra in den Schatten kommen. Wind hat den. Die ist mal ein schlechter Platz. Ökologen, glaube ich, sie haben. Die Greifflügel haben im Alter der Natur vollen Aufnahmen, die Schlüsselaufnahmen, alles schwacher bezüglich. Ein Sperrbach war mit fünf Kindern, die frisst im Jahr, schätzen immer, wie viel Greifflügel. 3.613, ohne die Vogelwelt auszuordnen. Sie sortieren auf einem Gebiet von 3x3 Kilometern, alles schwacher. Wenn die Sinkseele verschwinden, liegt das nicht daran, dass der Sperber sie reduziert hat, sondern weil die Lebensräume kaputt sind. Ja, auch nicht Katzen machen, das auch nicht. Reduzieren die auch nicht. Ich bin immer noch Waldlehrer. Das ist alles Märchen. Ich bin also vom Beruf Waldlehrer, offizieller Waldlehrer. Das habe ich zur Kontinierung immer wieder. Ich habe ganz schöne Klassen gemacht. Da habe ich jetzt mit den Schülern, in der Frühstuhl im Winter eine Hecke untersucht. Die war etwa 1.700 Meter. 4 Meter hohe Brombeke. Wie eine Waldstuhl. Über alle. 10 Meter. Ist der bei Ihnen geboren? Also, oder? Ja, der hat Wind. Der Wind hat den hier im Jahr. Hat Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die anderen weinen, aber die wollen sie extra in Schatten wahrscheinlich. Ja, ja. Wind hat den. Da sind die Flöten. In der Münchne. Die Flöten. Die Flöten. Das ist nur ein Scher. Das ist die Flöten. Die Flöten. Ich gebe, die Flöten. Die Flöten. Vielen Dank.